Bin in der Stützpunkt, Alistair. Schieß los. Ich hatte recht. Es war ein Geheimprojekt des Sowjets in den 50ern. Das Projekt Carbonic. Das Labor hat ein altes Schwertfragment untersucht. Aber irgendeine Katastrophe hat den KGB auf den Plan gerufen und er hat das Labor dann vollständig aus der Geschichte getilgt. Äh, fast. Unten scheint's Ärger zu geben. Du kommst gerade rechtzeitig. Oder etwas zu spät. Rocklands Männer draten die Kasachen an. Oder Amandas Männer. Vermutlich steckt sie dahinter. Das Labor ist um die mit der Militärbasis verbunden. Alle wissen wir nicht wie. Wenn du die Kommandozentrale findest, sind wir im Spiel. Okay, sobald die Schießerei vorbei ist, solltest du... Ach, komm schon, Sip. Wagen ist was für Weicheier. Und für Leute ohne Fallschirm. Okay, ich seh mich mal um. Geh du voraus und spring, wenn du bereit bist. Yes, Lara! Wunderbar, Lara. Aber du bist genau in ein Wispennest gesprungen. Nein, ich bin gleich an. Nein, ich bin alles. Alles. Nee, ich bin super. Nein, ich bin super. Vielen Dank. Nein, ich bin Topverbot, das Kub motif. Geh' dir. Und das sogar seine Kinder nicht krisch. Ich bin oder Deine Musik. Ich seh sie! Feuer! Ich seh sie! Feuer! Schick sie ins Gegenteil! Schick sie ins Gegenteil! Feuer! Schick sie ins Gegenteil! 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 So finale! Wir sind nicht als frische. Ihr könnt es durchschauen, dass die Trennung der Trennung ist. Die Zentren müssen uns helfen. Das ist was? Wir sind hier, Herr Jan. 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 Durch das Tor. Der Code ist K-1879. Danke. Sie wünschen mir, Herr Jan. Such überall! Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber lass tun, dass ihr erwähnt habt. Fliegt direkt vor uns. Ach, wunderbar. Das war einfach die Sache, oder? Zielen rechts weiter! Fallt ihr in die Seite! Auf der Seite! Geht sie! Vorher! Bewegt sie! Tötet die Schlappe! Sucht überall!